So, und dann bin ich ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, im heutigen Video möchte ich mit euch gerne mal darüber sprechen, wie man Gold und Silber verkauft. Das ist so eine Sache, nach der haben mich jetzt schon ein paar Leute wieder immer mal wieder in den Kommentaren gefragt, hey, wie verkaufe ich eigentlich sicher mein Gold und Silber, wenn ich es vielleicht umschichten will oder wenn ich in irgendwas anderes investieren will oder was auch immer. Und da möchte ich heute gerne mal mit euch drüber sprechen, weil es dann natürlich ein paar wichtige Sachen zu beachten gibt. Ich werde euch das jetzt alles Stück für Stück erklären, was man wie machen muss oder machen kann, wenn man sein Gold und Silber verkaufen möchte. Und dann habt ihr hoffentlich ungefähr eine Vorstellung davon, wie ihr das anfangen könnt. Ist, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt erstmal zu Anfang eine super einfache Geschichte. Also es gibt fast nichts Simpleres, als Gold und Silber zu verkaufen. Aber es gibt eben schon so ein paar Sachen, die man vielleicht beachten sollte, damit man einfach entweder einen besseren Preis bekommt oder sich ein paar Ärgernisse erspart, sage ich es einfach mal so. Bevor wir damit auch gleich mit allem starten, würde ich sagen, wir gucken uns schnell nochmal an, was ich heute mitgebracht habe. Da habe ich einmal ein 250 Gramm Umikor des Feinzilberbarren mitgebracht. Wirklich ein sehr, sehr schöner Barren, hat mittlerweile auch so ein bisschen Sammlerwert bekommen. Also ist definitiv mehr wert als normaler Münzbarren. Liegt natürlich auch irgendwo an der Steuer, auch wenn ich den hier ohne eben diese gekauft habe oder beziehungsweise mit einem normalen Münzbarrenpreis. Ob das jetzt Steuer oder Aufschlag oder was auch immer, war das ja eigentlich irrelevant. Und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Barren. Ich finde auch die gussbarren Formen sehr, sehr schön bei dem. So, weiter geht es mit dieser schönen Münze hier. Das ist eine 1 Unzen Goldmünze mit dem 2022er Luna 3 Tiger von der Perfman. Und wirklich eine sehr, sehr schöne Münze. Bin auch da schon sehr gespannt auf den Hasen vom nächsten Jahr, der jetzt auch in ein paar Wochen mal tatsächlich zum Verkauf stehen müsste. Weiter geht es mit dieser schönen Münze hier. Das ist die 2020er Ausgabe der Luna 3 Serie mit dem Motiv der Maus in der 1 Unzen Silber Variante. Sehr, sehr schöne Münze. Auch wirklich extrem im Preis gestiegen, muss man wirklich sagen. Also weiß nicht genau, wie lange das noch hält, aber naja, mal sehen. Weiter geht es auch mit dieser Münze hier. Eigentlich wirklich eine sehr schöne Münze. Leider hat diese Queensby's Completer von der Royal Mint ein absolut grottenschlechtes Finish erhalten. Und ich denke mal, ihr könnt es auch leicht hier am Rand sehen. Die sind einfach komplett voll mit Milchflecken. Es ist wirklich furchtbar. Und ich finde es einfach wirklich sehr, sehr schade, weil das eine wirklich tolle Münze hätte sein können. Auch gerade für den Sammler- und Anlageüberschneidenden Markt so. Aber gut, kann man nichts machen. Müssen wir mitleben. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Wir fangen mal einfach ganz am Anfang an. Wie sieht es aus? Wenn ich jetzt was Gordon Zimmer gekauft habe, worauf sollte ich achten, wenn ich das in Zukunft wieder verkaufen möchte und dafür auch das meiste kriegen möchte, was ich bekommen kann? Das ist erstmal ganz einfach. Alles, was ihr mit dieser Geschichte bekommen habt, ob das jetzt irgendein Verkaufsding ist, wenn ihr es im Tafelgeschäft, also anonym vor Ort gekauft habt. Oder ob das jetzt eine Rechnung ist, wenn ihr es im Internet bezahlt und gekauft habt, solltet ihr schon aufheben. Weil es ist nämlich auch so eine Geschichte, wenn man dann tatsächlich sich nicht mehr sicher ist, ob man das jetzt vielleicht schon ein Jahr gehalten hat. Denn ihr wisst ja wahrscheinlich, ein Jahr lang muss man Gordon Silver halten. Ansonsten muss man Steuer auf die Gewinne zahlen beim Verkauf. Wenn man natürlich keine Gewinne gemacht hat, ist das irrelevant, dann kann man das auch ignorieren. Aber wenn man Gewinne gemacht hat und darauf keine Steuern zahlen will, muss man eben ein Jahr warten, bis man es verkauft. So, dafür ist natürlich eine Rechnung ganz nützlich. Erstmal, weil man dann selbst wissen kann, okay, jetzt ist das Jahr vorbei, jetzt kann ich das dann auch steuerfrei verkaufen. Oder auch, wenn man wirklich eine größere Menge an Gold oder Silber verkaufen möchte. Ich glaube, ab irgendwie 10.000 Euro oder so, wollen da zumindest Banken auf jeden Fall so eine Rechnung haben. Aber ich bin mir da auch nicht 100% sicher, aber so um den Dreh halt. Und ja, da gab es natürlich auch so eine bescheuerte Gesetzesänderung, die mal wieder allen Leuten schadet und niemandem hilft. Und zwar irgendeine Geschichte, dass ab 10.000 Euro, wenn da irgendwie keine Rechnung vorgelegt wird oder so, das Geschäft die anderen verweigern kann oder was weiß ich. Irgendeinen miesen Schwachsinn halt mal wieder. Man kennt es ja, ist ja nichts Neues. Ja, aber das ist eben so eine Geschichte, sollte man vielleicht darauf aufpassen, dass man das dann auch noch hat unter Umständen. Wenn man es nicht hat, muss ich aber ganz klar dazu sagen, ist es meiner Meinung nach nicht legitim, von irgendeinem Händler oder einer Bank zu sagen, dass sie es deshalb nicht annehmen. Warum nicht? Weil einen keiner dazu verpflichtet, eine Rechnung aufzuheben. Ja, ganz einfach. Und das ist eben so eine Geschichte. Interessant. Ich bin mal gespannt, bis da die ersten Urteile zu rauskommen, weil wie gesagt, das ist eine sehr, sehr neue Gesetzesänderung. Aber eigentlich ist das totaler Schwachsinn, weil es kann einen niemand dazu verpflichten, eine Rechnung aufzuheben. Also ich meine, was soll das denn jetzt? Ja, es ist ja ein privater Verkauf und mit den Sachen des täglichen Gebrauchs vom privaten Verkauf kann ich machen mit, was ich will. Also weiß ich nicht, was das für ein Blödsinn wieder ist, aber letztendlich ist das auch egal. Das ist auf jeden Fall so eine Geschichte, sollte man vielleicht darauf aufpassen, dass man die Rechnungen behält. Aber wie gesagt, wenn man das tatsächlich nicht mehr hat und man sich nicht mehr sicher ist, ob man es jetzt vor einem Jahr gekauft hat oder nicht, und es ist meiner Meinung nach nicht so, dass irgendjemand das Recht dazu hat, euch zu unterstellen, dass ihr irgendein Gesetz brechen würdet, wenn es dafür überhaupt keinen Anlass gibt, das zu denken. Das ist meiner Meinung nach kriminell, das zu tun. Ja, muss ich ganz klar so sagen. Meiner Meinung nach ist es kriminell, das Leuten zu unterstellen, die nichts Böses im Sinn haben dabei. Ja, und muss ich ganz ehrlich so sagen, das ist definitiv meine Meinung dazu. Und es wäre ganz nett, wenn sich da auch mal Leute wieder daran erinnern, dass man Leute nicht unter Generalverdacht einfach so stellt, weil das ist eigentlich auch eine Straftat irgendwo, wissen wir Bescheid. Aber letzten Endes ist das ja auch egal. Wenn man Gold und Silber verkaufen möchte, sollte man sich natürlich ansehen, wo es auch die besten Preise gibt. Normalerweise, muss ich das auch ganz klar so sagen, ist das weder bei einer Bank noch bei einem Händler, sondern im Privatverkauf. Das ist in 99,9% der Fällen so, dass man bei einem Privatverkauf mehr bekommt, als wenn man es einem Händler oder einer Bank verkauft. Warum ist das so? Ganz einfach, weil Händler und Bank dabei noch Gewinn machen wollen und Privatverkauf an den Endverbraucher ist. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Kann sich jeder auch vorstellen, wie diese ganze Geschichte funktioniert. Und es ist nun mal so, wenn man solche Sachen am Privatverkauf bekommt, man mehr sowohl für Anlage, aber auch ganz bestimmt natürlich für Sammlergeschichten. Die kann man eigentlich nur sinnvollerweise privat verkaufen. Ansonsten macht das nicht wirklich viel Sinn, weil Händler und Banken da extreme Abschläge draufhauen, was lächerlich ist. Also ganz ehrlich, da würde ich mich überhaupt nicht großartig mit beschäftigen. Also das Einzige, was man eigentlich an Händler und Banken verkaufen kann, sinnvollerweise, ist Anlageware. Ich kann das auch verstehen von Seiten der Händler. Die wollen natürlich auch nicht irgendwelche Sammlerstücke ankaufen, die vielleicht dann unter Umständen Milchflecken schon haben oder was auch immer, was man vielleicht nicht unbedingt so feststellen kann direkt und dann ewig darauf sitzen bleiben und am Ende noch einen Verlust damit gemacht haben. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber das heißt trotzdem nicht, dass wir dann da die Sachen für den Spotpreis verkaufen müssen oder sowas. Das ist einfach Blödsinn. Und dementsprechend würde ich sagen, bei Sammlerstücken würde ich mich da privat orientieren. So, aber wie gesagt, sagen wir jetzt einfach mal, wir haben Anlageware, wir wollen die verkaufen. Wo verkaufen wir die jetzt? Wie gesagt, Preise vergleichen, super wichtige Geschichte. Ja, da ist es ganz wichtig, man guckt auf Preisvergleichsportalen auch. Ja, vielleicht auch auf mehreren Preisvergleichsportalen. Ich benutze ja normalerweise immer Gold.de, aber da gibt es auch andere für. Ja, da gibt es definitiv auch andere Preisvergleichsportale dafür. Ich habe bis jetzt auch eigentlich noch kein großartig Schlechtes gesehen von diesen Portalen. Also da kann man sich durchaus mal umgucken, wie es da aussieht mit den Verkaufsgeschichten. So, jetzt natürlich diese Sache, man muss dann nach Ankauf gucken. Also ihr könnt jetzt nicht gucken, für was irgendwelche Händler die Sachen verkaufen, nachdem euch dann irgendwie zurechtdenken, was die vielleicht für Ankauf zahlen. Da gibt es extra eine Ankaufsparte, zumindest bei Gold.de. Da könnt ihr angucken, okay, für was kauft welcher Händler welche Münze ab. Und dann könnt ihr halt euch raussuchen, da einen. Oder es eben noch vielleicht mit euren lokalen vergleichen und dann vielleicht noch mit irgendwelchen Banken vergleichen oder was auch immer. Aber das ist definitiv eine gute Sache, die man machen kann und auch machen sollte. Weil man will natürlich nicht zu wenig dafür bekommen. Ganz klarer Fall. So, und zum Glück ist das, wie gesagt, sehr, sehr einfach nachzuprüfen, was da genug und was nicht genug ist. Wenn ihr euch dann dazu entschieden habt, eine bestimmte Menge zu verkaufen oder vielleicht auch eine relativ große Menge davon zu verkaufen, was ihr habt, dann würde ich euch empfehlen, das nicht hinzuschicken mit der Post. Weil ihr wisst, da kann es immer irgendwelche Probleme geben und man will wirklich als absolutes Letztes, dass einem dann das Paket auch noch abhanden kommt. Weil das passiert, leider. Und deswegen, ich würde das Risiko nicht eingehen. Es hat auch noch ein paar andere Vorteile, wenn man die Sachen persönlich vorbeibringt. Zum Beispiel, wenn es irgendwelche Probleme gibt, vielleicht mit der Verpackung von den bestimmten Stücken oder wenn da vielleicht irgendwelche Beschädigungen dran sind oder sonst irgendwas, was ihr vielleicht vorher nicht gesehen habt und was euch sonst der Händler nur per Mail schreiben würde und wo ihr dann denkt, hey, das war doch gar nicht und dann am Ende noch irgendwelche Reibereien dadurch entstehen. Ich würde sagen, nehmt euer Zeug, fahrt zu dem Händler, für den ihr euch entschieden habt und geht das dann mit dem dort alles persönlich durch. Das macht einfach am meisten Sinn. Man hat nicht das Risiko, dass irgendwelche Missverständnisse auftreten und man ist sich auch wirklich sicher, dass das, was dann man als Ankaufspreis vorgeschlagen bekommt, auch wirklich was ist, womit man auch selbst zufrieden ist. Und nicht, dass man sich dann im Endeffekt irgendwie noch denkt, ah, das hätte ich doch vielleicht irgendwie mehr bekommen können, weil das und das und das war doch gar nicht so oder was auch immer. Das braucht man einfach nicht. Ich denke, es ist am besten, man nimmt sein Zeug, geht dahin, wo man es verkaufen will und spricht dann mit denen genau über das, was jetzt vor einem liegt und was man für was bekommt. Macht meiner Meinung nach einfach am meisten Sinn. Ist auch ganz nett, dann darüber nochmal zu sprechen und so weiter und so fort, dass man, wie gesagt, auch keine Missverständnisse in irgendeiner Form dann hat. Am besten macht ihr es auch so, wenn ihr vorhabt, an einem Tag zu einem Händler zu fahren, ruft am besten vorher dann nochmal an und erkundigt euch nochmal nach den Ankaufspreisen, wie es für das und das aussieht, damit ihr dann nicht unbedingt überrascht seid, wenn es vielleicht am Goldpreis oder am Silberpreis irgendwelche Veränderungen gegeben hat oder sonst irgendwas. Das sollte man normalerweise machen. Die meisten Händler haben da eigentlich Tageskurse. Manche haben auch wirklich ganz aktuell aktualisierte Kurse. Bei meinen Lokalen, die haben eigentlich nur Tageskurse. Das heißt, wenn ich da morgens anrufe, ist das der gleiche Preis, wie wenn ich abends komme. Aber das müsst ihr dann natürlich gucken, wie das bei dem Händler ist, den ihr euch ausgesucht habt. Das ist nicht bei allen so und dementsprechend muss man dann halt da mal sehen, wie sich die ganze Geschichte dann da entwickelt. Aber letzten Endes, denke ich mal, macht das Sinn, weil dann hat man auch nochmal eine ungefähre Vorstellung, womit man rechnen kann und wird vielleicht nicht irgendwie negativ überrascht, was natürlich auch immer nicht so cool ist. Man will ja wissen, womit man es zu tun hat und was man dann auch tatsächlich erwarten kann, was man für seine Sachen bekommt. Gut, ich hoffe, dass euch das so ein bisschen klarer geworden ist jetzt, wie man Gold und Silber verkaufen kann. Wie gesagt, das ist eine super easy Geschichte. Ihr sucht euch einen Händler raus. Ihr ruft vielleicht vorher an, fragt, wie die Preise so sind. Nehmt euer Zeug, geht dann da hin, nehmt euer Geld dann am gleichen Tag auch mit. Fertig. Das war's. So, im Prinzip eine super easy Geschichte. Kann man nichts groß mit falsch machen, wenn man ein paar Sachen beachtet. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, hoffe, es hat euch gefallen. Alles, was ihr sonst noch so an Fragen und so weiter habt, könnt ihr gerne noch in die Kommentare schreiben. Beantworte ich euch wie immer sehr, sehr gerne. Super gerne natürlich auch das Video bewerten. Das würde mich sehr freuen. Sehr gerne auch den Kanal abonnieren. und super gerne natürlich auch Mitglied des Kanals werden, wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, als ihr es sowieso schon tut. Dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal.